Herzlich willkommen alle Freunde, zurück zu Among Us, zusammen mit Noah, Tobi, Lexi, Leon, Aaron und Conny, sind zu zippt heute. Ihr seid solche Spackhoes manchmal. Warum? Lexi, warum? Lexi beleidigt mal wieder. Nein, die sind alle toll, hab nicht alle lieb. Ich dachte nur, du hast Liv mir ausgespannt. Ja, ja, genau. So war das. Okay, Lexi hat jemanden ausgespannt. Oh, da müssen wir gleich mal nachhaken. Dass ich Liv, dass ich Liv heirate, dass ich Liv heirate, stand fest, bevor du sie kanntest. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Nächste Runde. Jetzt bin ich hier wieder eingesperrt. Oh, ich hab auch genug. Lange. Nicht lange. Nicht lange, ich mach dir hier kurz tot und dann bin ich riesig. Tipp. 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 In einem Land von unserer Zeit ist ne Hexe weit bekannt. Ich mach hier nen Uploading. Denn das macht mir Spaß. Oh, ich hasse Upload. Ich hasse Upgrade, ich hasse alles Leute. Alles, was mit Download zu tun hat, ist echt nervig. So. Ich glaub Leon ist es nicht. Ich glaub zumindest nicht. Er ist es. Noah ist von unten gekommen. Ist es noch jemand? Ne. Also Leon, es könnte jetzt komisch ausgesehen haben, ja. Aber erstmal war die Tür da zu. Dann bin ich rein, da lag die Leiche. Dann dachte ich, vielleicht geh ich wie du letztes Mal auch nach oben und zu gucken, ob er da vielleicht noch ist. Ähm. Und Noah ist mir entgegen gekommen. Warte. Ich glaub nicht, dass Noah ist. Wait. Noah ist dir entgegen gekommen? Nein, genau. Ja, also der ist von Storage nach oben gelaufen. Ja, ich war mit Noah grad eben in der Cafeteria eingesperrt, ey. Ne, ne, warte mal, warte mal, warte. Er hat erst in der Cafeteria eingesperrt am Anfang und dann... Ähm. Also. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf. Lexi was in der Electric war wahrscheinlich. Ja, 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 genau. So. Und zwar habe ich drei Leute in der Electric gesehen. Und zwar Lexi, Noah und Tobi. Ja, ich hab dann meine Tast gemacht und dann hoch zur Cafeteria gelaufen, wo ich dann eingesperrt wurde. Zusammen mit Noah. Ja, Noah ist raus, ich bin raus. Tobi ist mir nämlich nicht entgegen gekommen. Weiß auch nicht, wo Tobi lang gegangen ist. Vielleicht er... Warte, und bist du nicht, bist du nicht... Also ich bin direkt beim Storage da und lang gelaufen. Ja, da warst du nicht. Ich hab dich da auch nicht verstanden. Nein, ich bin da lang gelaufen. Wo warst du, Alter? Ja, ich war in der Abbildung und bin dann runter zum Dings gelaufen. Hab ich dich von Noah oder nach Noah gegangen? Hab ich dich von Noah oder nach Noah gegangen? Ich bin da hinter Noah gewesen. Hinter Noah! Hinter Noah? Ne, ne, ne. Das ist ne Lüge. Ja, also das kann nicht sein. Tobi, lost. Wenn du als alleine hochgelaufen... Wichse laufen. Da hat man sich selber... Also ich... Danke, Lauf. Hätti jetzt... Hätti mich einfach wie dein Electric... Ich hab's so gewusst. Ich hab mir so gewusst. Ich hab mir so gewusst. Ja, nach dem man gesagt hat... Ich hab mir extra den Laden gemerkt. Ich hab mir extra den Laden gemerkt. Nach Noah, da war das klar. Alles Ruhe oder? Ja, jetzt gerade. Jetzt. Ja, gut. Jawoll. Jettlers. Und, ne, wir müssen jetzt die neue Loby machen. Wieso? Wieso? Aber bei 8 sind? Ok, ich hab' gemacht. S. Z. 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 holl wie viele sind Andromeda Mama C, Keiko Jones wo bin ich denn hier gelandet? Nein, ich bin jetzt hier gelandet Also den, den du gesagt hast, da bin ich jetzt drinnen, da bist du aber nicht drin Ja, ich bin Heinrich 1 in der Random Lobby Komm, dies geht Nein Jetzt willst du das nicht mehr, das hab ich eben eingehen Ja Da war ich in der anderen Lobby Einer fehlt noch, einer fehlt noch Ja, ich bin's, ich musste auch noch aus der Lobby raus Heinrich 1 Heinrich 1 Danke, das geht aber nicht, will ich sagen Noah ist Frau, das geht nicht Alles klar, alles klar Das kriegt mein Kopf Okay, Simon ist wieder da, hast du eingestellt Markus ist auch dabei Monty Aka Monty Scheiße, Vögel, Lexi und Conny Scheiße, Vögel, Lexi, Conny und Fenrich 1 Ja, gleich 4 Ich hab Moritz mit das Warte, haben wir 3 im Poster? Nein, wir haben 4 Wow Ne, wir haben 2 Will ich hier rein? Ich weiß es gerade gar nicht Achso Lass mich bloß in Ruhe Das war... Och Gott, ich sagte schon Noah Tücher nicht Und da ist der Tranker weg Oh Nachdem er schön gelacht hat, ist er halt geschlacht worden Der jetzt weiß Er hat's ja vorstellen, woran er verreckt ist hier Lach kann Äh, und zwar Der einzige, den ich verdächtigen würde Hey, kannst du nicht sagen, wo du den erstmal gefunden hast? Äh, Navigation 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 Ich war halt irgendwie bei O2 Ich bin an irgendeinem vorbeigelaufen Bei O2 Ja, O2, da war ich mit dir Aber wahrscheinlich Und dann kam Fenrich 1 Wieso haben wir das? Ich war sogar nicht, ich war ein Admin bei Lexi am Ende Ja Conny im Vot Ja Tobi, ja Nein, war ich halt letztlich Lexi zwar zu abgelenkt Ich bin da rein Tobi zu Voten ist nochmal ne gute Idee Also Ja, weiß, da muss ich glatt gegenhalten Ja Conny hat einfach skippen Also Du kannst natürlich auch skippen Aber du kannst auch Tobi wählen Oder er wollte einfach Tobi Weil Aron weiß, dass ich es nicht bin Leute, accuse, dass sie es sind, ja Aron weiß, dass ich es nicht bin Also es ist alles sehr Von dein Ernst Also Was denn Was denn Was denn Wann willst du denn nur mich anmaulen? Da hat doch noch jemand für ihn gevotet 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 7 8 9 9 9 10 6 2 10 10 11 10 11 11 12 12 13 16 16 16 15 ich war der letzte der leben gesehen hat ich habe doch nirgendwo konnie gesehen ich sehe dich und gehen nach oben weg und jetzt kann ich so gar nicht warum wieso bist du denn nicht ganz offensichtlich habe ich mir vor allem was in navigation gemacht dann hätte ich ihn ja auch umbringen können ja ich habe jetzt mal simon gefordert weil ich glaube er war es wenn wir ihn gerade dann gewesen wegen tanker ich hoffe wir hätten skippen können ja ich habe ich habe zu früh für phoebe gewartet aber sonst hätte ich natürlich ich glaube ich bin ich zugegeben ich habe mich in feuerung ich glaube ich bin schuldig nein alles super du willst mir dich zu gucken wie ich mich scanne dafür sprichst du dafür du hast es konnie ja genau es konnie es leon hat mich getötet mann die hier braucht das so was hat der killer einen killer zu kennen leon hat das du kannst als ne achso das gibt zwei die verlobte hat doch noch gesiebt die mann ja wir müssen immer den oben links ja da steht nicht wie viele killer es noch gibt scheiße oh iiii wer macht denn sowas ich habe keine lust da ist das immer wow wieso machen wir die dann wow o hmm o o e wo o o e o o o o o o o o Oh, gut, das Licht ist wieder an. So, ich bin dann, glaube ich, fast fertig. Alter. Alter, weg. Alter, schade seine Sachen auf. Wo ist das? Wo? Elektrik. Hä? Dann musste das gerade eben passieren. Marco, hast du irgendjemand gesehen? Nee, ich war ja bei dir oben links. Hab dann mal rechts ein Dinges gemacht, war nach rechts gelaufen und dann lag der auch. Also als das Licht ausging, war ich halt neben Elektrik, deswegen hab ich das nicht direkt angemacht, hab da oben reingeguckt, da war ich noch keiner, bin rausgegangen nach rechts, dann kommt mir Noah entgegen und dann bin ich halt nach rechts weiter gelaufen und dann irgendwann hat Phoebe dann reportet. Ich hab Moritz oben in Moritz und Fioti gesehen, er kann drüber sein, Moritz den Kills haben. So, er, er, nein, mir ist das entgegengekommen. Ja, Mann, den hab ich doch eben schon reportetiert. Tobi, wann kann der Moritz entgegen? Moritz kam mir eben entgegen, so, es ist ja grad durch. Alter, hier. Wann, wann denn? Wann, wann denn? Kurz bevor ich euch gesehen hab, kann man mir entgegen. Man kann so weiter mit, mit Räumen arbeiten, Alter. Oh, schon so lange her, Tobi. Ich war gerade im Meldding und hab mich gescannt. Ich möchte mal kurz sagen, ne? Philbo und Lexi, ne? Die geben sich immer gegenseitig ein Alibi, ne? Hä? Ich hab Marco noch mal kein Alibi gegeben? Ja, die sind's beide, ja. Lexi hat vorhin auch nicht Marco gevotet. Ja, für einen Raum. Ja, ich wollte das nur erwähnen, weil wir haben ja zwei Impostor. Simon, und wo warst du jetzt? Aber ich hab ihm doch kein Alibi gegeben. Ja, wo runter gegangen? So. Mhm. Hast du denn mit Noah eingeflossen? Also, ähm, ich kam da Lexi grad entgegen und dann, ähm, bin ich mit Lexi und Simon, ähm, von dem Electrical weiter nach rechts. Dann kann Moritz war eigentlich oben, dann kann's eigentlich nur Marco sehen. sein, der ihn selber weggemacht hat und dann... Äh, oder ist denn einfach du und Moritz, die sich ja nicht schützen wollen? Ne, ich hab mich littet schon. Medbay, hab mich dann dazugeguckt beim Scan, was ich voll scheiße finde, und danach hab ich oben weitergemacht. Ich war oben die ganze Zeit. Ich kann mir auch erst entgehen. Ey, ich hab auch noch nicht entgehen können. Aber ich glaube... Mach weiter, ich wollte immer den oben links. Ja. Äh, machen wir ja so... Äh, Tobi, Tobi, trotzdem kann Moritz den überwenden, zurückwenden und dann hochlaufen zu dir. Ja. Er wär ja auch möglich gewesen. Ja, wow, das... Man kann überall hin. Aber man hätte in Security an Lexi vorbei noch... Boah, wie die die ganze Zeit da nur skippen werden? Die arbeiten einfach zusammen... Ja, ich weiß, und Simon und Aaron sind dumm. Aaron ist schon tot. Achja, sorry Aaron. Ich liebe dich Aaron. Margeid! Achja, schön. Achja, schön. Achja, schön. Achja. Oh mein Gott, die haben mich eingesperrt. Jetzt ist ein bisschen raus. Ich habe Angst da unten. Also, Noah ist direkt vom Körper weggelaufen, von Lexi. Längst vor, direkt vom Reaktor. Und direkt davor kam mir auch noch Moritz entgegen, der darüber eingesperrt ist. Ja, ich war da eingesperrt zwischen den zwei Türen da. Moritz weiß ich nicht, aber Noah ist es safe, der ist direkt von Lexi gleich weggelaufen. Ja, Noah war auch da. Ja, du wird Moritz sein, ne? Nur zu denen vor. Ja genau, weil ich kam gerade von Medbay und mir läuft direkt Noah entgegen. Also nach Moritz, der war hinter dieser Tür. Ich habe davor gewartet. Dann läuft ihr mir entgegen und dahinter liegt Lexi. Er ist letztendlich von Lexi weggelaufen. Warte, wo warst du dir was mit Medbay hast gesagt, ne? Links bei Reaktor neben Security habe ich sie gefunden. Und ich kam gerade von Medbay und ich war rechts bei den Asteroiden, wo ich glaube Noah gesehen habe, der dieses Asteroiden-Dings gemacht hat. Kann der Moritz entgegen? Kann der Moritz entgegen? Moritz kam mir vor, vor Noah entgegen, aber der war da oben eingeschlossen. Über Reaktor. Also wir waren da, gab ein Reaktor. Rechts neben Reaktor, links neben Security. Und ich wollte nicht zurückgehen, weil da Noah und Lexi waren. Nicht, dass beide mich gleich töten. Ja, wir machen erst mal Noahs to save und vielleicht ist das Granger auch noch, aber das wissen wir nicht. Wieso hätte ich mich dann denn selber eingesperrt? Äh, Noah gewesen ist das nicht? Scheiße. Wieso hätte ich mich denn dann selber eingesperrt? Ja, damit Tobi dich geküllen kann. Ja, aber jetzt. Pssst. Conny ist es. Oh mein Gott. Ja, ja mein Gott. Ja, ich bin fertig. Also, ich kann nur noch hier hinten warten. Sorry. Ne, geh weg Simon. Ne, geh weg Fernrich. Geh weg. Ne, ne, geh weg. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Oh. Ne. Eingesperrt? Ich hab keine Ahnung. Also, ich bin eigentlich fertig. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele noch gelebt haben. Ne. Also, von Simon hab ich tatsächlich Angst. Der wartet doch immer. Wow. Geh bitte zurück. Geh bitte zurück und tut die Leite. Jetzt hauen wir alle ab. So auch. Wow. Oh nein. Er hat gewonnen, oder? Lauf ganz, ganz schnell. Oh Gott. Jetzt haben sie da auch eingesperrt. Schnell, Simon. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. 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 Warum hast du ihn grad gedrückt, das meine ich? Ich, ich, du hast nach rechts, bis nach rechts. Da war ich mit dabei, ja? Nein, weil ich hab, Tobi, ich hab ihn grad eben vor mir umbringen sehen. Das meine. Warum? Ziemann, ich hätte ich da ihn vor mir umbringen, ja? Ich steh vor der Tür, hatte ich mit Zeugen, Tobi. Hast du mich gesehen unten vor der Tür? In der Tür darf ich vor der Tür. Dann gehen die Türen auf. Ziemann kommt da raus, geht nach rechts. Ich geh nach oben, lauf und bring Boruts um. Er dachte, ich kann ihn nicht sehen. War nicht erstmal da ne Tür und du konntest da nicht durch? Ganz am Anfang? Rechts? Rechts meinst du an Storwich? Ne. Also links vom Storwich halt, weißt du? Weißt du, meinst du? Storwich meinst du? Ich dachte erstmal, Simon bringt mich um, als ich da oben führte. Die Tür war auch zu da. Ich glaube nicht, dass das Simon gewesen ist. Ich hab ihn doch gesehen. Ist das safe? Ja, ich hab ihn doch gesehen. Er bringt mich doch von mir um. Tobi, ich geh nach rechts. Die Tür war zu Storwich. Da kommen wir noch zu. Oh, richtig spannend. Boah, richtig langer Part. Und das war Noah übrigens. Das war Noah, muss ich sagen. Ja. Bist du auch tot Noah, ne? Bin jetzt gespannt, ob Tobi richtig entscheidet oder falsch. Ob er für beglaubt. Ja. Warte mal, warte mal. Wenn es Noah gewesen ist. Das Ding ist, es gibt noch einen Poster. Ja, ich weiß. Warte mal. Lass mich mal, lass mich mal. Nein, zwei geht nicht, sonst hätten wir schon verloren. Alter, warte mal. Warte mal, warte mal. Ne, warte mal, wenn es Noah nicht gewesen sein muss, dann hab ich glaube ich tatsächlich Simon da oben gesehen, der auf die Kanone geschossen hat. Es leid. Ich hab... Ich hab... Du, ich hab dich mal einfach mal umbringen. Oben war Noah an der Kanone. Ja, aber Noah war auch ein Poster. Nein. Wenn ihr gar nicht dran sein könnt. Doch. Das Ding ist... Was ist das Problem? Ja, ich war'n wieder beide auch eingesperrt. Eigentlich kann's doch nur für die Tür sehen. Ich hab' ja mal gesehen, gerade so nach... Simon hat mir zu viel gebrochen... Ich hab' ja mal gesehen. Du bist so dumm! Du bist so dumm, Tobi! Ich glaub's mir das auch noch! Du bist so dumm, Tobi! Du bist so dumm, Tobi! Du bist so dumm, Tobi! Oh, mein Gott. So dumm, Tobi. Oh mein Gott. So dumm, Tobi. So dumm, Tobi! Ich hab' ja gesagt, das ist Markus und alles Skippen! So ne Scheiße! Alles Skippen, Seng? Alles Skippen, Seng? Alles Skippen, Seng? Alle Skippen, Seng? Alles Skippen, Lexi, bleibt! Ich weiß nicht, wie man erkennt, also es gibt echt was, woran man erkennt, ob eine gewisse Person hier Killer ist oder nicht, das ist witzig.